Die Sommerpause ist vorbei. Es geht weiter mit den Facebook Live Interviews des Klinikums Fichtelgebirge. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Rückenschmerzen, ein Thema, bei dem fast jeder von uns mitsprechen kann. Die Lebensqualität leidet, genau das soll aber nicht sein und deshalb sprechen wir jetzt darüber und zwar mit Dr. Adi Peier. Er ist leitender Arzt der Neurochirurgie und Wirbelsäulentherapie an der Klinik für Unfallchirurgie, Hand- und Wiederherstellungchirurgie am Klinikum Fichtelgebirge. Er hat an renommierten neurochirurgischen Kliniken in Deutschland eine breite Expertise auf dem Fachgebiet erworben und er ist neu im Fichtelgebirge. Hatten Sie denn einen guten Start am Klinikum? Guten Tag zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Das war ein sehr schöner Start, vor allem da, wo die anderen Urlaub machen, dort zu arbeiten. Und hier in dieser Natur ist es sehr schön zu arbeiten, auch sehr gut. Da haben Sie recht. Und zur Vollständigkeit noch der Hinweis angekündigt war auch Dr. Nanette Maué. Sie ist aber heute leider kurzfristig verhindert. Und dann schaukeln wir zu zweit die Rückenschmerzen. Volkskrankheit Rücken, das ist ja ein breites Feld. Fast jedes Ziepen, jedes Drücken, jeder Schmerz wird damit bezeichnet. Inwieweit kann man denn Rückenschmerzen medizinisch unterteilen? Medizinisch kann man natürlich Rückenschmerzen unter drei Kategorien unterteilen. Vor allem, wenn man das unter die Lokalisation bezeichnet, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und Ländewirbelsäule. Wenn man das nach dem zeitlichen Verlauf unterteilen, dann wird das die akute Rückenschmerzen, das ist unter sechs Wochen vom zeitlichen Verlauf her. Es gibt die subakute, das bedeutet zwischen sechs und zwölf Wochen. Und chronische Rückenschmerzen, das ist dann über zwölf Wochen. Nahezu gefühlt, jeder zweite, dritte leidet unter Rückenschmerzen. Oder man kennt zumindest jemanden, der darunter leidet. Was sagen denn die Zahlen? Wie verbreitet ist diese Erkrankung? Es sind tatsächlich Rückenschmerzen sehr verbreitet. Und 60 bis 90 Prozent der Bevölkerung sind schon mal unter Rückenschmerzen erlitten. Natürlich ist diese Zahl auch in dem Arbeitsleben zu spüren. Und zwar ist es inzwischen Nummer eins, wenn man die Arbeitsunfähigkeit berechnet für Personen unter 45 Jahre alt, wäre Rückenschmerzen, ist die Nummer eins als Begründung für Arbeitsunfähigkeit. Also ein großes Thema. Was sind denn die Ursachen für Rückenschmerzen? Das sind verschiedene Ursachen. Meistens ist das Degenerativ, das bedeutet Verschleiß. Dann gibt es auch die Traumata bedingt. Und dann gibt es die infektiose Geschehens. Und es gibt natürlich auch die Deformitäten, das von Geburt an so ein frühzeitiger Verschleiß, den Werbesäuleapparat. Müssen Rückenschmerzen immer körperliche Beschwerden oder körperliche Ursachen haben? Nicht unbedingt. Also man sagt sogar tatsächlich, funktionell gibt es bis 85 Prozent keine Ursache im Endeffekt dieser Rückenschmerzen. Das vergeht von alleine. Also nach vier Wochen ist das knapp bis 90 Prozent dieser Schmerzen ohne Therapie sogar verheilt. Die zehn Prozent, was übrig bleibt, das ist spezifische Rückenschmerzen. Da muss man natürlich drauf schauen und genauer analysieren und untersuchen und diagnostizieren. Sie haben im Vorgespräch schon angedeutet, die Warnsignale, die sind so sehr wichtig. Welche Warnsignale gibt es denn? Also ganz wichtig für die Laien, dass man diese Schmerzen, was er noch nie erlebt hat, also dass es diese Schmerzen, dass es nicht so einfach weggeht, das ist komplett neu. Zum einen zum Zweiten irgendein Defizit im Sinne einer Lähmung oder Taubheitsgefühl. Das sind ja schon sehr starke Anzeichen. Spätestens dann, denke ich, gehen die meisten zum Arzt. Aber was sagen Sie, wann sollte ich schon mit Rückenbeschwerden mal einen Arzt aufsuchen? Also spätestens, wenn man das merkt, dass eine Lähmung aufgetreten ist, beziehungsweise ein Taubheitsgefühl im Arm oder im Bein, sollte man zeitnah, und wir reden über unterhalb 24 Stunden, sollte man einen Arzt besuchen, bald so etwas gespürt wird, beziehungsweise auch in der Notaufnahme sich zu befinden, damit wir die Zeit nicht verlieren. Sie haben schon viel über die Ursachen gesagt, über die Warnsignale, die es gibt. Da gibt es ja doch sehr viele verschiedene. Wie ist denn dann die genaue Herangehensweise, um eine möglichst genaue Diagnose erstellen zu können? Ganz wichtig ist die Anamnese. Also die kranken Anamnese, das ist ganz wichtig. Danach kommt die Neurochianzersuchung, danach kann man immer noch eine Labordiagnostik veranlassen, und dann, wenn es sein muss, MRT oder CT-Bilddiagnostik zu veranlassen. Viele Patienten, wenn der Rückenschmerz denkt, oh Gott, oh Gott, die Bandscheibe, ist das wirklich so häufig der Fall? Das ist mit Glück nicht. Also das ist tatsächlich, 90% ist das funktionelle Schmerz. Das heißt, man findet nichts, was dahinter steckt. Es ist nur bedingt an der Funktion der Apparatmuskulär, von der Muskel, von der Gelenke. Und da bleibt nur noch die 10%, was man als spezifischer Rückenschmerz bezeichnet. Und hier, wenn man auf die Lindewirbelsäule bezeichnet, dann ist es 1 bis 3%, was da übrig bleibt, dass man sagt, dass es tatsächlich ein Bandscheibenvorfall ist. Rückenschmerzen variieren sehr stark in ihrer Stärke. Das ist jedem bewusst. Und ich glaube, das müssen wir auch beachten, wenn wir jetzt über die Behandlungsmethoden sprechen. Was sind denn effektive Behandlungsmethoden im Bereich der Rückenschmerzen? Es gibt heutzutage, man definiert konservative Therapie und invasive Therapie. Konservative Therapie, das ist immer die Physiotherapie mit Schmerzmitteln. Die andere, invasive Therapie, fängt man an schon mit einer CT-gesteuerten Facettenblockade, Blockade, beziehungsweise Infiltration oder Würzelblockade und Infiltration bis zu einer Operation. Hat sich in den Behandlungsmöglichkeiten dann in den letzten Jahren viel getan? Tatsächlich hat sich viel getan, im Sinne, dass man immer definiert wird, man operiert nicht mehr die gesamte Werbesäule, die Schnitte, der Hautschnitt zum Beispiel, wird jetzt nur noch als Drittel, was man von damals vor zehn Jahren gemacht hat. Oder auch sogar endoskopisch, auch aktuell mit der Endoskopie, das ist nur als Pohrloch zu bezeichnen. Also es ist ein kleiner Schnitt und nicht mehr so ein Riesenschnitt. Und das bedeutet am Endeffekt für den Patienten einen kürzeren Krankenhausaufenthalt. Sie haben die Operation angesprochen, viele Patienten, man hört es immer wieder, haben Angst, dass bei Rückenschmerzen schnell und gleich operiert wird. Ist denn das der Fall oder inwieweit ist das der Fall? Also ich sage mal so, für uns jetzt in der Sektion Neurochirurgie hier am Plänen-Fischstückwerker, werden wir nur nach ausgiebigen Gesprächen und bei bestimmten Indikationen, die Operation, Indikationen stellen. Das wird erstmal auch sogar die ganze konservative Therapie ausgeschöpft und dann, wenn das nicht möglich ist, anderweitig, dann wird operiert. Natürlich gibt es auch Fälle, die man sagt, das muss operiert werden. Es gibt keinen anderen Weg. Und was man kann und soll, das ist immer dieser Graubereich, da muss man immer mit dem Patienten ein Beratungsgespräch zusammenführen und entscheiden dann am Endeffekt, was man am besten, was dem Patienten auch passt. Bei einer Operation spielen natürlich dann auch die Ängste mit. Wie gefährlich ist heutzutage eine Operation im Wirbelsäulenbereich? Jeder Chirurg will das verstehen, was ich sage. Also es gibt keine Operation ohne Risiko. Risiko ist immer mit dabei. Es ist halt ein Unfallrisiko. Ich bezeichne das immer wie beim Autofahren. Ein Unfall kann immer passieren. Also heutzutage diese kleine Operation, um das Bandscheibenvorfall oder Spinalkanal-Dekompression, das ist der häufigsten am Rücken zu operieren. Aktuell ist das dann ein Restrisiko, die immer dabei ist und in der Regel passiert nichts. Es gibt ja auch immer so Mythen rund um bestimmte Krankheiten. Ich denke auch bei den Rückenschmerzen ist das der Fall. Was ist denn für Sie so ein typischer Mythos, der unter den Patienten kursiert? Tatsächlich gibt es viele, aber die meisten denken auch, ich bin noch so jung, da passiert mir das nicht. Und tatsächlich, wir leben auch sogar, ein jüngster Patient, der war bei mir 25 Jahre alt. Tatsächlich, also es kann jung bis alt treffen. Also das ist, dass man sagt, ich bin zu jung, das wird mir nicht passieren. Also tatsächlich, das ist der Einzelne, der sehr verbreiteten Mut ist in dieser Rückenschmerzensache. Also kann es uns alle betreffen. Was bedeuten denn jetzt speziell chronische Rückenschmerzen für die Psyche? Wie sehr leidet da die Lebensqualität? Das ist tatsächlich nicht so einfach. Diese chronischen Schmerzen und mit der Psyche zusammenzuhängen, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und tatsächlich ist das so, dass man unter die seelische Belastung bzw. die psychische Erkrankung kann, dass sich so eine psychosomatische Rückenschmerzen fühlen. Und hier muss man natürlich nicht nur die körperliche Ursache suchen, sondern auch im Kopf die Ursache zu suchen. Gibt es einen kleinen Tipp, den Sie diesen Patienten mit auf den Weg geben möchten? Auf jeden Fall, man muss nie dieses Thema als erstes hinnehmen, dass der Patient als Psychopatient ist oder als Patient, der nur auf die Rückenschmerzen auf diese Schiene zurückzuschieben, sondern man muss immer alles untersuchen und alles abklopfen und 100% sicher, dass es tatsächlich nichts daran anders liegt. Dann kann man immer noch sagen, okay, da sucht man dann die Sache woanders. Das bedeutet, der Patient sagt, körperlich ist nichts zu finden, aber ich habe immer noch Schmerzen. Und das wird dokumentiert, dass es der Fall ist, dass körperlich nichts vorne ist, dann sucht man sich im Kopf. Und da braucht man natürlich eine sehr professionelle Hilfe im Sinne einer stationärer Schmerztherapie. Und da wird dann viele Kollegen, die auch Psychologen, manchmal auch sogar Psychiater und ein Team, ein komplexes Team, dass diese Patienten betreuen können. Jetzt wird es spannend, noch spannender. Wir schauen mal nach den Zuschauerfragen, denn die Facebook-User sind ja aufgerufen, ihre Fragen an Sie zu schicken. Herzlichen Dank. Die Brigitte fragt nochmal nach dem Bandscheibenvorfall, den wir vorhin schon angesprochen haben. Wie wird denn ein Bandscheibenvorfall behandelt? Tatsächlich heutzutage, wenn man den Bandscheibenvorfall operiert, wenn so eine Operation kommen sollte, dass man nur diesen Vorfall, nur dieses Stück, was da rausguckt, entfernt. Also das ist nicht mehr wie damals vor 15 Jahren, dann hat man die ganze Bandscheibenfach entfernt und die ganze Bandscheibenfach so leer gelassen. Heutzutage, man macht nur diesen Vorfall, was da auf den Wurzeldruck im Spinalkanal raus und mehr nichts. Und das ist wahrscheinlich auch wieder schonender für den Patienten, die führt zu einer schnelleren Riesung. Absolut, absolut. Und vor allem, also jeder Patient, der bei uns jetzt operiert wird, bleibt da drei bis fünf Tage, maximum nach der Operation. Also das verkürzt die ganze Aufenthaltsdauer im Krankenhaus. Die Elisabeth aus Selb hat die Frage, was wäre denn die schlimmste Folge, wenn ich meine Rückenschmerzen ignoriere? Das macht man ja manchmal, wenn man was hat, sagt, ach, das geht schon noch, ich ignoriere es, wird es schon wieder werden. Also solange das ist keine Warnsignale im Sinne einer Lähmung oder Taubheitsgefühl vorhanden sind, da habe ich nichts dagegen, okay, das habe ich schon mal erlebt, das geht, das vergeht, ich habe mich jetzt belastet, ich habe mich zu viel gepügt, ich habe die Gartenarbeit gemacht, ich nehme eine Tablette, Schmerztablette und gut ist, dann danach ist es kein Problem. Aber wenn man so wirklich eine Lähmung hat oder ein Taubheitsgefühl, dann sollte man das nicht ignorieren und zeitnah wirklich Arztbesuch erstatten. Noch eine Frage kommt aus Wunsiedel, Jan hat die geschickt, er möchte wissen, wie man dann Kontakt zu Ihnen aufnehmen kann, wenn man über das Gespräch hinaus noch Fragen hat. Bei uns gerne kann man über die Umfauzett und dann kann man über die chirurgische Ambulanz auch einen Termin ausmachen, beziehungsweise wenn es hart auf hart kommt und die Subthematik akut sind und die Schmerzsubthematik sehr stark, dann kann er auch jederzeit in Notaufnahme uns besuchen. Herr Dr. Heyer, vielen Dank für das Gespräch, für die zahlreichen Informationen rund um die Rückenschmerzen. Liebe Facebook-User, falls Sie nicht das ganze Interview gesehen haben oder es einfach noch einmal einschauen wollen, gar kein Problem. Es ist jederzeit auf der Facebook-Seite des Klinikums Fichtelgebirge zu finden und wir sehen uns dann im Oktober wieder. Der genaue Zeitpunkt wird selbstverständlich noch bei Facebook angekündigt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020